Das ist sehr schön. Oh, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich in der Aufnahme in den Neta, aber ich glaube... Ich werde... Obwohl, das Neta-Portal kann ich ja zumindest mal vorbereiten. Knopf. Und jetzt war mal weg. Die Zepplinge nehme ich wieder mit. Ja, vorbereiten kann ich sie auf jeden Fall. Dazu brauche ich Obsidian. Dazu mussten wir kurz runter in die Höhle. Ja, kurz runter ist gut. Was wir aber jetzt auf jeden Fall machen, werden wir es hier aufräumen. Zwei Äpfel. Hatte ich nicht. Brauche ich die Äpfel eigentlich enthalten? Noch da. So, Kohle das da rein. Kohle da rein. Kupfer da hin. Da hin. Vorkabel. Wo kommen wir da hin? Zinn. Refined Iron. Eine leere Batterie. Ein bisschen Glas. Da hin. Oh, nein. Nein, Glasgadarfen. Setzlinge. Koppels. Obwohl, wenn ich jetzt runtergehe, vielleicht ein bisschen mit. Den Street-Tab, den lassen wir hier. Entschuldigung. Pilz lassen wir auch hier. Irgendwas hat hier noch was gemacht. Nein, da war es nicht. Da kann man die Batterie mal rausnehmen. Das hat keine Batterie. Na, Idee. Wir füllen mal kurz die Batterie noch. Da-dam. Moment. Nein, das Badpack. Das kann ich auch noch fertig auffüllen. Die Batterie ist voll. Die andere Batterie. Bald, dann kann ich während meiner Abwesenheit das jetzt weiter laufen lassen. Die ist auch voll. Dann das Badpack noch füllen. Ach, wie sie das trifft. Das wird grad dunkel. So. Badpack ist gefüllt. Dann die Diamond Drill noch fertig auffüllen. Die Chains kann ich auch gleich auffüllen. Obwohl ich die irgendwo gar nicht brauchen werde. So lange werde ich auch gar nicht unterwegs sein. So. Dann das Badpack habe ich. Diamond Drill habe ich. Ich habe eine Waffe in der Hand. Brauche ich noch Rüstung? Brauche ich noch Rüstung? Habe ich Eisen? Ach ne, das dauert jetzt zu lang. Ich will ja bloß kurz runter Obsidian abbauen. Und dann war es das auch schon wieder. Gute Nacht. Ah, was ich mitnehmen könnte, ist vielleicht ein Eimer mit Wasser. Ich glaube, das ist ein Eimer, Eimer. Wo habe ich die Eimer hin? Da. Dann kann ich da jetzt noch Wasser mit rein. Und dann geht es runter, würde ich mal sagen. Und dann holen wir uns ein bisschen Obsidian. Und dann müsste ich mir noch überlegen, wo ich das Portal eigentlich hinbaue. Aber das sollte ja das kleinste Problem sein. Erstmal wird es wieder runter gehen. So, wir schützen hier eigentlich inzwischen aus. Da müsste eigentlich schon bald alles zugehangen sein. Noch nicht der Fall. Dann gehen wir einfach mal unseren alten Weg, so wie die letzten Male. Da müssen wir jetzt hier links. Ich glaube, das könnt ihr bestimmt auch schon alle auswendig. Okay, so oft waren wir jetzt auch noch nicht. Aber das ist auch schon jetzt das dritte Mal, glaube ich. Hier lang. Darum. Äh, darunter. Hallo, Creeper. Was machst denn du? Habe ich da nicht richtig ausgeleuchtet? Creeper, creeper Mann, creeper Mann. Warum bist du da gewesen? Okay, hier ist wirklich ein bisschen dunkel, aber warum war er dann da oben? Strange. Okay, dann geht es auf jeden Fall hier weiter. Obwohl, genau da wollte ich noch was machen. Also, ein bisschen den Weg verschönern. Guck mal, es hat ein bisschen was von einer Stolperfalle, das Ganze hier. So. Ob ich das hier eigentlich komplett wegmachen könnte. So, dann habe ich einen besseren Durchgang. Wenn wir hier schon ständig hin und her rennen, dann können wir das Ganze auch verschönern. Und auch einfacher zu begehen machen. Okay, hier schaut es noch nicht so aus. Das wäre jetzt das Highlight. Dann hier lang. Hier rum. Dann, da rum, da runter. Und da rüber. Nein, da runter. Dann müsste ich langsam am Boden der Tatsache angekommen sein. Ja, sind wir. Ach, ich habe die Textur immer noch nicht geändert. Ich wollte nämlich eine andere Obsidian-Textur. Naja, macht nichts. Plop, 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 plop. So, wie machen wir das jetzt zum Besten? Hm, Idee. Ach, wo schlage ich ihn gerade auf? Ich sehe schon gar nicht mehr. Ah, das war mit meiner Geduld, haben sie doch geändert. So, geht leider doch nicht mehr so schnell wie früher. Früher ging es um einiges schneller. So, jetzt klappt es aber hoffentlich. So. Ja, geht. Ja, geht. So. Ja, geht. Äh, was ich sagen wollte. Äh, so schnell wie es früher geht es nicht, aber immer noch wesentlich schneller als mit einer Diamond Axe. Äh, Schwitzhacke. So rum. Keine Axt. Da kann man echt nichts sagen. So, dann noch eins. Und dann wär's das schon wieder. Ging jetzt richtig schnell. Jetzt soll ich noch ein bisschen mehr sammeln für ein zweites Portal. Wenn's schon so schnell geht, dann können wir auch ein bisschen mehr Obsidian holen, oder? Ich hoffe, ich hab jetzt nichts dagegen. Und wenn nicht, äh, dann habt ihr jetzt leider Pech gehabt, ihr müsst mir jetzt trotzdem zuschauen. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, als ob ich da halbe Ewigkeit jetzt dran sitze für ein bisschen, äh, Obsidian. So, und dann hier noch. Was wollte ich, weil 20 Stück. Ich glaub, dann muss ich das einfach bloß zu Ende machen, bis ich bei 20 sein. Ah, nicht ganz, weil das eine ist mir abhandengekommen. Weil das müsste ja ein 5x4-Fahrt sein. Und, plopp. Genau, weil mit dem zwei sind es nämlich genau 19. Dann brauch ich noch irgendwo eins. Plopp. Und, noch eins. Plopp. Ähm, dann nehmen wir einfach das hier noch. Und, wir sind jetzt bei 20. Ach, wir machen die Riga auch noch fertig. So, bisschen Puffer. Lalalalalala. Außerdem könnte ich das Obsidian theoretisch als Ding verwenden. Äh, also für die Diamanten, wenn ich das Leben nicht brauche. Aber, für was brauche ich denn dem sonst noch? Eigentlich für nichts. Ob ich das zum Bauen? So zum Bauen weiß ich gerade nicht. Das Wasser, ach, das Wasser lasse ich hier. So, theoretisch kann ich hier noch ein bisschen Rohstoff hier mit abbauen. Vor allem da hinten und da oben. Ach, stimmt, die Rutsche hat man noch gar nicht gesehen. Das ist Kupfer. Wenn ich dann hinkommen, geht. Höp. Plopp, plopp. Das Kupfer auch noch mit. Hm, ach, wenn ich schon hier bin, dann nehmen wir das Eisen auch noch mit. Du, 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 du. Bisschen Eisen. Schalt bestimmt nicht. Lalalalalala. Oh, da drüben ist es. So, oh, Uran. Ich habe eine Idee. Damit will ich hier nicht alles mit Kobbeln zu bauen. Machen wir das Ganze hier mal. Einmal dicht. Das lassen wir einfach mal hier. Ah, ich hätte es vorhin anders gehabt. So, dann die Uran. Kupfer, 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 Kupfer. Wo noch mehr Uran? Oh ja, das werden wir auch irgendwann machen müssen. Ein kleines, äh, ja, wie was. Ach, wie nennt es sich nochmal? Ach, Reaktordingen. Ihr wisst schon, Atomzeug und so gefährlich macht viel Bums und grosses Auer. Ach, das war jetzt Schwachsinn. Aber hier könnte ich trotzdem mal lang. Da oben ist noch Sinn. Und ein Zombie. Und wenig Licht. Au, 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 au. Au, au. Wo kommst du denn her? Ja, wo kommt ihr denn hier? Jetzt müssen wir mal ein bisschen futtern. Ja, mei, hier ist überall dunkel, gell? Da darf ich mich nicht wundern, dass auf einmal hier so ein Creeper auftaucht. So, da drüben ist wieder Kupfer. Äh, ach, nehmen wir mal das Sinn aus der Decke. Lalala, jetzt ein bisschen Sinn. Oh wei. Oh, das fällt nicht, dass sie zusammen. Huch! Ähm. Ähm. Wo kam denn der Creeper her? Vor allem explodiert es hier? Ist das der hier gewesen? Das glaub ich ja fast gar nicht. Wuh! Was geht denn hier los? Schaut aus wie eine Mumie, der Zombie. Ja, so kann er sich auch erledigen, ja. Ah, da war noch ein Zombie und ein Skelett. Oh, redstone. Ich lasse jetzt endlich die Vorsicht walten. Ich sehe redstone, nein, ich sehe rot. Rot wie redstone, aber jetzt noch ein bisschen ausleuchten. Na toll. Ein bisschen ausleuchten ist gut. Ich muss ja eigentlich richtig viel ausleuchten. Oh Gott, ich weiß nicht, ob er noch ist. Und Sinn und Zeugs und, oh mein Gott. Okay, erst mal noch. Ne. Ach, da war die Labe. Ah, da oben ist noch Uran. Hap. Ich hab schon wieder ein Zombie röcheln gehört. So, Moment. Moment, ich glaub ich mach hier ein bisschen lauter. Und auch die Musik noch ein bisschen leiser. Weil ich dann doch mal hören möchte, wo die Fiecher sind. Und nicht erst im letzten Moment, wenn sie mir um die Ohren fliegen. So. Oh, hallo Herr Zombie. Ja, ist recht. So, und dann. Wuch, was ist denn das hier? Oh nein, ich hab gedacht, das ist ein geschlossener Raum. Dabei geht's hier noch weiter. Oh nein, oh nein, oh nein. Warum nur Minecraft? Warum tust du mir das an? So, jetzt reicht. Jetzt muss ich hier mal abbauen. Sonst komm ich hier nie dazu. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich das Bad Backe gar nicht drauf hab. Oh, da hinten ist ein Zombie. Hallo Zombie. Jump, jump, jump. So, und jetzt wäre es sehr ungünstig, wenn... Oh, Redstone. Oh, geht das schnell. So, und wieder hoch. Oh, Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Mein Gott. Vielleicht kommt jetzt noch raus. Mensch, wenn ich hier, müsste ich wieder hier rauskommen. So, damit ich da nicht runterfalle und mir die Beine breche. Mal wieder dicht machen. So, die Kohle nehme ich auch gleich hoch mit. Man weiß ja nie, für was man es noch brauchen wird. Brauchen kann. Brauchen können tut man es, glaube ich, immer. Ach ja, stimmt. Kohle für Diamanten. Da war was. Und Kupfer für Kabel. Das werden wir auch brauchen, obwohl wir wahnsinnig viel Kupfererz noch haben. Aber wirklich, soll wir brauchen werden? Keine Ahnung. Das werden wir dann irgendwann mal sehen. Wenn es uns dann ausgeht, dann werden wir sagen... Oh nein, hätten wir doch bloß mehr Kupfer abgebaut. Und dann werden wir wieder zurück in eine Höhle steigen und uns wieder hier rumschlagen. So, komme ich an das Kupfer? Nein, ich will jetzt gerade nicht. Aber das Zinn werden wir auf jeden Fall brauchen. So. Hier ist noch mehr. Oh, das war es schon wieder. Die Kohle lasse ich jetzt mal. Äh, nein, eigentlich sollte ich das hier nicht lassen. Damit sollte ich eher das Kupfer lassen. Aber wir nehmen alles mit. Plopp. Und da ich sage, alles mitnehmen, müsste ich jetzt eigentlich schon fast wieder zurück. Oh, Zinn. Oh, Mann. Oh Gott, wenn ich wirklich alles mitnehmen will, dann komme ich hier nie wieder raus. Vor allem läuft mein Inventar bis dahin komplett voll. Wollte ich eigentlich nicht nur kurz Obsidian holen? Und dann wieder verschwinden? Eigentlich ja schon. Moment, Redstone. Plopp, plopp. Oh Gott. Mann, hat es mich gerade gerissen, als ich den Zombie gehört habe. Ich habe gedacht, der steht jetzt gleich neben mir. So. Ja, fast. Oh, es ist eine Spinne. Ja, auch nicht gerade die wahre Schönheit. Ich bin kehl. Ich bin so, ich bin echt dabei하지. Untertitelung des ZDF, 2020